Einen schönen guten Tag. Wir sind hier gerade im Skatepark Gildenbeck bei der Titus Locals Only Competition. Wir sind gerade bis zum Halbfinale gekommen. Leider macht uns das Wecker so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wir gucken, ob wir noch irgendwas organisieren können. Ansonsten seht ihr die Footage vom Park, vom Contest jetzt. Um, 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 um. Um, 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 um. Upload, um. Das war's. Das war's. Das war's.